Bevor es Personal Computer gab, war es nahezu unmöglich für den Otto-Normal-Verbraucher irgendwie in die Musikproduktion einzusteigen. Man brauchte entweder eine Menge Geld oder sehr, sehr gute Connections, um in ein richtig professionelles Studio zu gehen. Allerdings mit dem Computerzeitalter, besonders jetzt in den letzten 10, 20 Jahren, sind die Heim-PCs immer leistungsstärker geworden und im Prinzip kann jeder zu einem Musikproduzent werden oder auch selber seinen Traum verwirklichen. Das zeigen auch zahlreiche tatsächlich berühmte Musiker. Ich sage nur, Justin Bieber hat ebenfalls im Internet angefangen als kleiner Musikproduzent oder auch wenn man an den EDM-DJ Martin Garrix zum Beispiel denkt, der ebenfalls schon sehr lange in den Charts war. Auch jener hat quasi angefangen mit Tutorials im Internet, wie man eben elektronische Tanzmusik entwickelt mit FL Studio. Aber es geht hier nicht um FL Studio, sondern es geht heute mal allgemein darum, gibt es denn ein Betriebssystem, das ausschließlich für Musikproduzenten oder überhaupt für Produzenten und Musiker gemacht ist? Und die Antwort ist ganz klar Ja. Und ein solches Betriebssystem stelle ich euch heute mal vor. Es geht um AV Linux. Also schnappt ihr einen Tee. Los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntagzeit für SonntagsOS. Und heute habe ich mir mal ein Betriebssystem herausgesucht, das sich an alle Musik-Enthusiasten oder Producer-Enthusiasten wendet, nämlich AV Linux. AV Linux basiert zum einen auf Debian und MX Linux. MX Linux habe ich hier ebenfalls auf diesem Kanal schon behandelt, genauso wie Debian. Und ob dieses Betriebssystem überhaupt was bringt, das wollen wir uns mal hier anschauen. Ich bin jetzt auf der Webseite bandchat.net. Das ist quasi die Heimadresse von AV Linux. Und da gibt es hier schon AV Linux MX Edition. So heißt das hier schon. Da haben wir schon einen kleinen Screenshot und ein bisschen was dazu geschrieben. Und ich werde mal noch gucken, was hier sonst noch da drauf ist. Hier gibt es zum Beispiel MXDE LXDE Bild. Ich nehme mal an, das ist ebenfalls dasselbe Betriebssystem quasi, basierend auf MX Linux. Das sieht man hier auf diesem Bild schon. Genau hier an diesem Logo. Allerdings dann mit, ja ich nehme mal an, LXDE Desktop. So, wir machen mal wieder zurück. Sehr gut. Genau. LXDE Desktop Umgebung und Openbox Window Manager. So, was haben wir sonst noch? Da haben wir MXDE EFL Bild. Das ist dann mit Enlightenment Desktop, so wie es aussieht. Das ist das Enlightenment Logo. Ja, okay. Und was haben wir sonst noch? Dann gibt es hier die AVL Drum Kits. Die kann man sich dann hier herunterladen. Hydrogen Kits und dann, ja, AVL Drum Kits, Percussion, Soundfront und LV2 Plugin. So, das denke ich mal ist durchaus wichtig, dass man das hat. So, hier könnte man sich jetzt nochmal ein Video anschauen, wie die Audio und MIDI Funktion auf Linux eben funktioniert. Genauso wie hier werden die Drum Kits nochmal vorgestellt. Als Audio Workstation wird hier A-Dur verwendet, so wie es aussieht. Gut, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Was haben wir sonst noch hier? Rated Blue steht hier noch. Das scheint eine Band zu sein, die dieses Betriebssystem scheinbar verwendet oder zumindest hier irgendwie mit partizipiert. Und Band Chat Records ist, so wie es aussieht, ja, ein Unternehmen, ein Record Label Unternehmen oder ein Record Label im Prinzip. Hier gibt es noch Sounds FTP und hier kann man sich dann noch diverse Plugins und Sounds entsprechend herunterladen. Das sind aber in der Regel Plugins, die sich sicherlich auch auf anderen Systemen nutzen lassen. Gut, jetzt aber einmal AV-Linux MX Edition, die wollen wir haben. Dann einmal Downloads. Da gehe ich jetzt mal direkt auf den Band Chat Mirror. So, hier zeigt er mir jetzt an. Das oberste ist die ISO. 3,5 Gigabyte. Das ist schon ordentlich. Und dann laden wir das Ganze mal runter. So, ich bin jetzt hier auf einen anderen Server gewechselt, von Linux Audio auf einen anderen Mirror. Und hier sieht man, jetzt geht der Download ein kleines bisschen schneller. Ich hätte sonst um die 5 Minuten warten müssen. Jetzt sind es hier tatsächlich nur ein paar Sekunden. Also die 3,5 Gigabyte lade ich hier bei mir innerhalb von weniger als einer Minute runter. Sehr schön. Dann ist das Ganze jetzt heruntergeladen und hier im Download Ordner. Und ich werde das Ganze jetzt hier einfach auf meinen Ventoy wieder drauf packen. So, einmal Downloads. Dann hier der Ventoy. Und dann schiebe ich das einfach rüber. Und dann kann das auch nochmal einen kleinen Moment dauern. So, jetzt ist die ISO auf meinem Ventoy Stick drauf. Dann kann ich den Stick jetzt entfernen. Und da immer noch aufpassen. Die Daten werden quasi noch geschrieben. Das heißt, den Stick nicht zu früh rausziehen. Sonst funktioniert das alles nicht. Jetzt ist der Ventoy Stick entfernt. Und jetzt können wir mal den Stick umstecken. Und den Rechner neu starten. So, hier ist das Boot-Menü und ich wähle aus den Sandisk Cruiser. So, hier ist dann das Ventoy-Menü und der, ja, die ISO, die AV-Linux-ISO ist jetzt die einzige, die hier drauf ist. Dann einfach Enter. Und ich sage in Normal-Mode. Und hier sind wir dann im Grub-Boot-Menü des AV-Linux. Der AV-Linux-ISO. Und hier kann man jetzt schon mal Sprache, Zeitzone und Keyboard-Layout festlegen. Das finde ich sehr, sehr gut. Wollen wir mal schauen. Language. Da nehmen wir DE für Deutsch. Das wäre hier. Okay. Dann Deutschland. Okay. So, Zeitzone hat er dann automatisch alles ausgewählt. Das ist sehr, sehr gut. Das brauche ich dann nicht nochmal auswählen. Und, ja, jetzt ist auch hier das Grub-Boot-Menü auf Deutsch eingestellt. Und dann können wir jetzt AV-Linux starten. So, jetzt hat sich der Live-Bildschirm quasi aufgemacht. Das hat einen kleinen Moment gedauert. Da muss man dann halt immer ein bisschen geduldig sein. So, hier sehen wir auch schon AV-Linux MX Edition. Release-Datum war der April diesen Jahres. April 2022. Das ist okay. Wahrscheinlich wird das jährlich dann immer mal geupdatet. Und, ja, jetzt kommt hier noch ein paar andere Sachen. Hier haben wir das, ein Conky sozusagen. Und hier steht dann auch gleich, was hier zum Beispiel für einen Linux-Kernel installiert. Das ist der 5.16 Lycorix-Kernel. Das ist also ein speziell gebauter Kernel mit sehr, sehr geringer Latenz. Gut, dann würde ich sagen, Install-UHD. Das möchte ich. Und dann haben wir hier einen sehr speziellen MX-Installer. So, ich mache den mal auf Vollbild. So, ändern der Tastatureinstellung. Ich würde sagen, das kann so bleiben. Wir können mal draufklicken. Okay, ja, das ist halt hier Generic 105 Tasten. Ich glaube, das ist in Ordnung. Das kann so bleiben. Okay. Und dann machen wir einfach weiter. So, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, entsprechend die Festplatte auszuwählen. Und ich habe, ich nehme die SDA. Das ist mir hier ganz wichtig. Die anderen beiden Festplatten dürfen hier nicht verwendet werden. Also ich nehme die 240 GB quasi, die Veno-Festplatte. Das ist hier die, die ich verwenden kann. Verschlüsseln möchte ich sie heute nicht. Und ich sage, normale Installationen werden wir gleich sehen, wie das Ganze dann partitioniert wird und vor allem auch formatiert wird. Hier links sehen wir dann auf jeden Fall nochmal ein paar Informationen dazu. Und alles auf Deutsch. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut. So einverstanden und so weiter. Ja, bin ich. Und jetzt wird auch die Installation schon durchgeführt. Und hier sehen wir an der linken Seite auch nochmal ein paar Informationen. Ich weiß, es ist ein bisschen schlecht zu sehen, aber wir befinden uns hier auf einem echten Rechner. Die Auflösung ist quasi original. So, das ist die Full-HD-Auflösung. Und jetzt heißt es einfach, ja, abwarten. Oder kann ich hier schon auf Weiter? Der ist ja jetzt am Installieren. Oh, tatsächlich. Ich kann hier auf Weiter und dann kann ich hier schon ein paar weitere Sachen einstellen. So, Computer-Name ist AV-Linux. So, Computer-Domain lassen wir frei. Und ja, Arbeitsgruppe Workgroup ist in Ordnung. So, ah, ich muss einen Domain-Namen eingeben. Ich nehme mal localhost.localdomain. So, dann haben wir hier weiter. Die Sprache ist Deutsch. Das ist soweit richtig. Die Zeitzone hat er dann übernommen mit dem, was wahrscheinlich Grub übergeben hat. So, Systemuhr ist auf Ortszeit eingestellt. Das können wir auch so lassen. Und ja, können wir mal die Einstellung von Diensten uns anschauen. Welche Dienste sind hier aktiv? Da wäre zum einen Anachron. Das ist ein Grun-Job-Dienst. Genauso wie hier Kron selber. Sudo wird als Dienst ausgeführt. CPU-Frick-Utils. Die CPU wird überwacht. Smart-Mont-Tools für die Festplattenüberwachung. HDD-Temperatur-Monitor. Das ist in Ordnung. Das kann so bleiben. Scanner-Demon haben wir. Dann haben wir Bluetooth. Das brauchen wir zum Beispiel nicht. Denn Bluetooth habe ich hier gar nicht auf dem Rechner drauf. Async ist okay. Und Linux und Cups ist halt der Drucker-Service. Das ist in Ordnung. Dann einmal auf OK. So, dann auf Weiter. Jetzt muss ich mir hier einen Benutzernamen vergeben. Hier links sieht man dann auch immer, was man hier machen muss. So, der Benutzername ist Typ. Dann ein schweres und kompliziertes Passwort für den Benutzer Typ. Und es leuchtet dann auch grün, sobald die Passwörter übereinstimmen. So, ein Root-Konto, ein Administrator-Konto möchte ich nicht haben. Da lasse ich den Standardbenutzer mehr nicht. Automatisches Login möchte ich nicht. Dann einmal weiter. Ja, und jetzt heißt es einfach abwarten. So, die Installation ist durch. Und wir können hier einmal auf Abschließen. Und hier oben ist auch schon der Haken drin. Das System automatisch neu starten. Also, einmal abschließen. Und dann wird das System auch runtergefahren und neu gestartet. So, ich gehe hier aber auch wieder ins Boot-Menü rein, weil ich möchte das dann hier gleich starten. Okay, der hätte das sowieso automatisch gestartet. Und jetzt wird AV-Linux gestartet. Hat quasi den Grub-Bootloader ein Stück weit übersprungen. Wahrscheinlich erkannt, dass es das einzige System auf der Festplatte ist. So, hier haben wir einen wunderschönen Login-Bildschirm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß jetzt gar nicht so auf Anhieb, was das für einer ist. Das könnte Lite-DM sein. So, Welcome User. Ich bin User-Typ. Und das ist das Passwort dazu. Und dann wird das Ganze jetzt gestartet. Ich finde, das Hintergrundbild ist ein bisschen sehr aufregend. Aber es passt natürlich unglaublich gut zu Musik und Musikproduktion. So, jetzt baut sich auch der Desktop auf. Wir haben hier unten die, ich nehme mal an, das könnte blank sein. So, da ist jetzt auch die Maus. So, hier haben wir nochmal diesen Welcome-Bildschirm. Und es ist im Prinzip derselbe wie in der Live-Edition. Hier halte ich jetzt die Möglichkeit, nochmal die Installation auf Festplatte durchzuführen. Hier werde ich einfach auf Don't Show Again klicken. Und dann wird das Ganze hier auch nicht nochmal angezeigt bei dem nächsten Neustart. Jetzt ist Konki auch gestartet. Und ich werde jetzt als allererstes mal Aktualisierungen durchführen. Dazu gibt es hier diese kleine grüne Box hier unten. Da einfach draufklicken. Dann während des Aktualisierens alle Fragen automatisch mit Ja beantworten. Das werde ich mal nicht machen. Weil ich weiß halt nicht, was dann für Fragen kommen. Wer in der internationalen Linux-Community auch ein bisschen unterwegs ist, weiß, wie fatal es sein kann, einfach nur Ja zu drücken. Ich erinnere da gerne an Linus Tech Tips, der dann in einer Challenge teilgenommen hat, wo er dann mal einen Monat lang oder eine Woche lang nur Linux benutzt. Und er hatte Pop-OS installiert gehabt. Und als er Steam installieren wollte, hat er auch einfach überall nur Ja geklickt. Und da war ein Fehler, ein Bug in dem Installer. Und hat dafür gesorgt, dass das gesamte Betriebssystem gelöscht wird während der Steam-Installation. Deswegen alle Fragen automatisch mit Ja beantworten. Ist nicht immer eine gute Idee, es sei denn, man kennt das System in- und auswendig und weiß, dass da nichts passieren kann. Aber ich würde da halt nicht meine Hand ins Feuer legen. So, im Hintergrund sehen wir auch, welcher Dienst hier ausgeführt wird. Das ist Upget Full Upgrade. Einmal das Passwort rein. Und dann wird das Ganze jetzt einmal durchgeführt. Ich sage jetzt Ja. Jetzt bestätige ich das Ganze. So, die Aktualisierungen sind jetzt durch. Ich habe das System jetzt auch gleich nochmal neu gestartet. Einfach, dass das dann jetzt auch alles frisch ist. Der Kernel hat sich gar nicht geändert. Der bleibt weiterhin bei 5,16 und dann Strich 18.1. Der Lycorix Kernel. Und ja, hier sehen wir dann auch schon mal bei den RAM-Nutzungen. Also es ist wirklich ein sehr schlankes System. Wir sind jetzt hier 646 MB RAM im Verbrauch aktuell. Und deswegen, das ist also ein sehr, sehr flankes, schnelles System. Und ja, schauen wir doch mal an, was hier so alles schon vorinstalliert ist und was so alles drauf ist. Hier unten, das ist quasi, das ist nicht die Plank-Leiste, sondern das ist XFCE 4 Panel. Das kann ich hier einfach bei Leiste und dann über. Und dann sehen wir hier XFCE 4 Panel in der Version 4.16. Und da ist jetzt Folgendes drauf. Also es dient im Prinzip der normalen Startleiste, die man eben sonst so kennt. Zum Beispiel auch bei MX Linux Original. Das ist ja jetzt nur eine Abgewandlung. So, hier haben wir dann Lautstärke und unsere Netzwerkverbindung. Hier würde man dann auch zum Beispiel eine WLAN-Verbindung herstellen können, wenn man das System hier auf einen Laptop installiert. So, hier gibt es dann An- und Ausschalten. Da öffnet sich dann hier so ein Menü. Das ist auch sehr schön gemacht. Ich nehme mal an, das sieht auch aus wie selbst gebaut, weil es hier zum Teil auch auf Englisch ist. Also es ist ein selbst erstelltes. So, hier in der Mitte haben wir ein Terminal. Das ist unser Terminal-Emulator. Da haben wir dann hier auch so eine nette Wellenform. Und ich nehme mal an, das ist ganz normal XFCE4-Terminal. Jawohl, das ist es auch. Also ein sehr gutes Terminal mit Transparenz auch schon. Sehr, sehr hübsch. Dann hier daneben haben wir ein Paketinstaller für MX Linux. Das ist im Prinzip ein ziemlich einfaches und intuitiver Paketeinstaller. Wie so ein Store, könnte man sagen. Und hierüber kann ich ganz einfach alles das installieren, was ich haben möchte. So brauche ich auch kein Terminal, um eben Sachen zu installieren. Ja, zum Beispiel, wenn ich den Brave-Browser haben möchte oder vielleicht einen anderen Browser wie Chrome, dann kann ich das hierüber dann einfach installieren. Oder ich kann hier auch noch alternative Kerne auswählen. Da gibt es den Antics-Kernel, den ich dann nutzen kann. Das sind sehr, ja, alte LTS-Kernel, die sehr stabil sind. Aber eben auch ein 5.10er LTS, der ist ja auch mit dabei. Dann hier Debian 5.19-Kernel ist hier noch mit drin. Der ist aber jetzt End-of-Support. Da bitte aufpassen und immer schön gucken, welche Kerne dann End-of-Live sind und welche nicht. Woher weiß man das? Ganz einfach, ich kann hier ganz fix mal auf kernel.org gehen. Und dann sieht man immer das, was in Klammern dahinter, wenn da EOL steht, bedeutet das End-of-Live. Das heißt, dieser Kernel kriegt gar keine Updates mehr. Der wird überhaupt nicht mehr gepatcht. Da gibt es keine Sicherheits-Updates und nichts. Und deswegen ist das mit Vorsicht zu genießen. Also diesen 5.19er-Kernel besser gar nicht mehr installieren. Dann doch lieber den zum Beispiel 5.10 oder halt einer von den anderen etwas aktuelleren Kerneln. Und ja, so kann ich mir hier alles herunterladen, was ich denn so brauche. Gnome Boxes, Word Manager kann ich mir hier herunterladen. Virtual Box. Hier gibt es doch Zentralrechner. Da kann ich einen kleinen Web-Server noch installieren. Und so weiter und so fort. Des Weiteren kann ich aber mit dem MX-Paket-Installer noch zusätzlich Repositories auch auswählen. Oder hier direkt die Pakete suchen. Ähnlich wie in der Synaptics-Paketverwaltung. So, jawohl. Einmal schließen. Dann hier die Pakete aus dem Test-Repository. Dann hier sind die Pakete aus den Debian-Backports. Ja, somit ist die Software hier relativ aktuell. Es gibt auch die Flatpaks. Die werden dann hier angezeigt. Jetzt wird das Flat-Tab quasi synchronisiert. Sehr gut. Und dann kann ich jetzt hier im Prinzip alles, was Flatpaks sind, direkt hier herunterladen. Wie zum Beispiel, wir nehmen den Klassiker Spotify-Client. Einfach dann hier draufklicken. Dann installieren hier unten. Ganz unten rechts installieren drücken. Und dann funktioniert das auch. Und dann gibt es hier noch die Konsolenausgabe. Die funktioniert dann aber wahrscheinlich nur, wenn ich tatsächlich hier irgendwas installiere gerade oder irgendwas am Machen bin. Dann kann ich dann auch sehen, was die Konsole so ausgibt. Das ist also der MX-Paket-Installer. Der ist wirklich sehr, sehr, sehr gut, da man für Installationen und Aktualisierung vollständig auf das Terminal verzichten kann. So, als nächstes haben wir hier den Dateimanager. Das ist Tuna, so wie es aussieht. Jawohl, Tuna. Das ist der Standard-Dateimanager für XFCE. Ist sehr schön natürlich designt in diesem MX-AV-Linux-Style mit diesem bräunlichen Orange. Ist jetzt nicht so mein Ding, aber ist trotzdem ein sehr guter Style mit diesem grau-blauen Hintergrund. Und eben auch diese Symbole. Und der Firefox-Browser, das haben wir eben schon gesehen, das ist der Standard-Browser, der hier schon vorinstalliert ist. Und wir können gleich mal schauen. Der ist komplett auf Deutsch schon eingerichtet. Das heißt, die deutschen Sprachpakete sind drin. Und es ist ein aktueller Browser. Das ist also die 106. Das ist also kein ESR-Browser. Und hier steht auch, Updates kommen direkt über das, über die Paketverwaltung von MX-Linux. So, hier gibt es dann links noch das Anwendungsmenü. Hat hier alles so ein bisschen was von Windows 11. Mit der Menüführung in der Mitte des Bildschirms unten. Muss man sich dran gewöhnen. Ist wahrscheinlich ein neuer Style, der sich jetzt auch so in naher Zukunft immer weiter fortsetzt. So, ja, schauen wir mal, was wir hier haben. Hier gibt es dann die Favoriten und alle Anwendungen einmal aufgelistet. Alphabetisch sortiert, aber ohne, dass man die Buchstaben auswählen kann. Das finde ich jetzt nicht ganz so toll und intuitiv. Aber, ja, gibt Schlimmeres. So, ich werde das Ganze hier mal ein bisschen vergrößern und gehe jetzt hier auf Büro. So, als Büroanwendung haben wir nur ein PDF-Viewer. Es fehlt also eine komplette Office-Bibliothek. Gut, wenn das tatsächlich ein Rechner ist für reine Musikproduktion und nicht für die Office-Sachen, okay. Allerdings gibt es durchaus auch Partituren und so weiter, die man zum Beispiel über LibreOffice öffnen möchte. Und die müsste man sich dann hier entsprechend nachinstallieren. So, unter Einstellungen finden wir hier einmal die üblichen Verdächtigen, die bei XFCE halt immer mit dabei sind, wie zum Beispiel die Bildschirmauflösung, Bluetooth-Manager und grafische Einstellungsverwaltung und so weiter. Da kann man dann auch das Erscheinungsbild entsprechend ändern und anpassen. Da habe ich aber schon immer mal in anderen Videos gezeigt, wie man das macht. MX Tweak gibt es dann. Das ist für MX Linux im Prinzip was Eigenes, was komplett Eigenes. Da kann man dann entsprechend auch das Design entsprechend anpassen, inklusive der Symbole. Und dann gibt es noch diverse MX-eigene Einstellungs-Sachen, wie zum Beispiel System-Utilities Wine und Jarbridge. Gibt es dann hier noch die Paketeinstellungen für MX Advanced. So, unter Entwicklungs gibt es nur einen Icon-Browser. Mehr gibt es da nicht. Bei Grafik ist GIMP schon vorinstalliert. Das ist völlig in Ordnung. Das ist für ein Audio-Video-Media-Center-System quasi für ein Produktivsystem wichtig, dass das mit dabei ist. Auch ein Color Picker ist immer sehr, sehr nützlich in der Produktion. Inkscape ist ein Vektor-Grafikprogramm. So, unter Internet, da ist einmal ein FTP-Programm, FileZilla mit drauf, der Firefox ganz klar. Ein MX Viewer, das ist im Prinzip auch ein Dokumentansichtsprogramm und ein BitTorrent-Client namens Transmission. Unter Multimedia wird es jetzt ziemlich interessant, denn der Multimedia-Part ist bei den meisten Linux-Betriebssystemen recht klein mit ein paar Audio-Abspiel-Sachen und das hier ist ja zentrales Kernthema bei AV-Linux. Deswegen ist das hier wirklich vollgeknallt bis oben hin. Und wir schauen mal, was wir hier so alles finden. Ganz klar den Alza-Mixer, der ist halt wichtig, damit die Hardware hier alles funktioniert. Dann gibt es ADOR 6.9 in der Full-Version. Das ist sehr interessant. So, hier können wir die Projekte abspeichern. Wir machen jetzt erst mal weiter. ADOR soll laufende Aufnahmen wiedergeben. Das ist auch in Ordnung. Wer Musikproduzent ist, weiß genau, welche Einstellungen er hier machen muss, die eben für seine Hardware und für sein Setting dann auch entsprechend, ja, wichtig sind. So, ich mache hier eine Advanced Session, mache ich mal auf. Dann haben wir hier höchstwahrscheinlich schon ein bisschen was vorgegeben. So, hier ist es dann bei Audio und MIDI, sollte man eigentlich Jack auswählen, denn man möchte bei Audio und MIDI natürlich, dass verschiedene Geräte mit ADOR zusammenarbeiten und das funktioniert nur über Jack, Q-Jack-Control. Q-Jack-Control ist eine Wissenschaft für sich. Man muss Raketenwissenschaft studiert haben und schon mindestens 20 Mal im All gewesen sein, um zu verstehen, wie Jack funktioniert. Ich habe mich damit schon mal eine Weile auseinandergesetzt und bis heute habe ich nicht verstanden, wie das funktioniert, denn ich habe es irgendwie nie so richtig zum Laufen gekriegt. Ja, und zumindest sind wir jetzt dann hier entsprechend jetzt in der Oberfläche, das ist die Sequencer-Oberfläche, hier kann ich dann jetzt erstmal für die verschiedenen Kanäle untereinander auflisten und dann kann ich eine neue Spur hinzufügen, wie zum Beispiel eine neue MIDI-Spur und hier kann ich dann auswählen, was für ein Instrument ich denn haben möchte, welches Instrument ich jetzt als nächstes brauche. Ich habe ja gesehen, Red Zeppelin Drum Kit ist zum Beispiel mit dabei, das können wir jetzt einfach mal probieren. Wir brauchen eine Gruppe, die müsste ich erst erstellen, das brauche ich nicht, das können wir auch so lassen. Dann sage ich einfach mal hinzufügen als MIDI-Spur. So, und hier wird es jetzt schon eng mit dem, was ich weiß und was ich machen kann. Da bin ich ein bisschen überfordert. Also hier habe ich dann zum Beispiel diese Klaviatur und da kann ich dann auch auswählen, welche Art von Klaviatur ich vielleicht als MIDI-Keyboard habe. Nehmen wir mal an, ich hätte ein, zum Beispiel von Line 6, ein Pod zum Beispiel, dann kann ich hier entsprechend dann die Signale, wenn ich dieses MIDI-Keyboard hätte, entsprechend hier die Signale entsprechend übergeben. Dass das jetzt hier nicht funktioniert oder dass man hier nicht hört, liegt wahrscheinlich daran, dass ich auch Jack gar nicht richtig eingerichtet habe, dass gar keine Audio-Ausgabe irgendwie in den Master reinkommt. Das ist völlig in Ordnung. Man muss sich damit wirklich erst mal intensiv befassen, um A-Dur dann auch zum Laufen zu kriegen. Wenn das einmal eingestellt ist, dann funktioniert das quasi auf immer und ewig. Und wer sich mit Ableton Live, mit Cubase, Propeller Heads Reason oder anderen kommerziellen oder auch FL Studio, das kommt ja hier mit FL Studio, Flutilupe Studio, kommt das ja optisch schon ziemlich, ziemlich nah. Wer sich damit auch auskennt und das auch schon eingerichtet hat, der wird, denke ich mal, hier mit A-Dur auch sehr, sehr gut zurechtkommen. So, ich werde das Projekt jetzt hier mal schließen und verwerfen und nämlich unwiderruflich löschen, weil es brauchen wir nicht. Und dann gucken wir mal weiter, was wir denn unter Multimedia noch so zu bieten haben. Das war ja jetzt nur ein einziges Programm. So, hier gibt es Asunder. Das ist quasi ein CD-Ripper. Also wenn ich eine Musik-CD habe, kann ich diese hier quasi rippen, also die Audiodateien extrahieren. Und dann gibt es natürlich noch Audacity. Und Audacity, das ist hier dieses, ich sag mal, freie Audacity ohne die Telemetriedaten. Dieses Programm ist halt auch für mich ziemlich wichtig. Ich nutze Audacity auch immer sehr viel, weil es unglaublich einfach ist, um Audio mal schnell zusammenzuschneiden und zu bereinigen. So, was haben wir sonst noch? Ein Avidemuxer einfach um Videodateien zu entcoden und zu decoden in ein anderes Format. Da kann man zum Beispiel MKV-Dateien in MP4 und zum Beispiel ummodeln, ummuxen, gerade wenn man Videospuren hat mit mehreren Audiospuren, ist sowas ganz wichtig. Oder auch wenn eine Untertitelspur in einem MKV-Video mit drin ist. Beim Ummuxen muss man dann entscheiden, möchte man die Untertitelspur oder welche Audiospur möchte man denn dann in den MP4 mit drin haben. So, dann haben wir hier das Calf-Plugin für Jack. Das sind dann eben diese Jack-Sachen, die eben für das Jack-Interface wichtig sind, um nachher die Audio- und MIDI-Geräte miteinander zu, ja, kommunizieren zu lassen. Es gibt ein Audio-Datei-Bearbeitungsprogramm fürs Tagging, gerade für MP3-Dateien, dass man die ordentlich taggt. Und dann ein Video-Editor haben wir hier noch, GuitarX, das ist ein Plug-in eben für, ja, wir können Jack mal starten. So, Jack startet jetzt. So, das ist ein Plug-in, den man in A-Dur mit einbinden kann, so dass man dann zum Beispiel seine Gitarre direkt in den Rechner einstecken kann, in den Audio-Eingang. Das wird dann über Jack gesteuert. Also Jack sieht das dann, dass die Gitarre drinnen hängt, hier über diesen Graph. Da wird das dann angezeigt. Wie gesagt, das ist Raketenwissenschaft. Ich will da jetzt auch gar nicht so tief reingehen. Ich will das hier mal ein bisschen auseinanderziehen, dass man das ein bisschen sieht. So, wenn ich jetzt die Gitarre eingehängt habe, würde die dann hier angezeigt werden. Und dann kann ich diese hier zum Beispiel in, da hier, dann reinhängen, in diesen Input hier, einfach in den Input rein und das Ganze geht dann über das Head raus. Und wenn ich jetzt A-Dur geöffnet habe, kann ich den Output in zum Beispiel die Audiospur von A-Dur entsprechend einhängen. In diese A-Dur-Spur, in diese eine Tonspur, in die Aufnahmespur zum Beispiel einhängen. Und dann wird dieser Gitarren-Sound entsprechend in A-Dur dann auch aufgenommen. Und hier kann ich dann noch entsprechende Plugins dann auswählen, welchen Verstärker-Sound ich haben möchte. Möchte ich mit mehr Feedback, mit weniger, möchte ich mehr Metal-Sound haben oder möchte ich einen schönen Clean-Sound haben für einen Gitarren-Solo. Ich kann das Ganze dann noch den Bass boosten, die Präsenz, also die Höhen und noch vielleicht einen Reverb schon hier reinhauen, einen Vorrewerb. Das ist dann so für alle Jimi Hendrix-Fans. Ja, und dann halt hier die Lautstärke. Dann gibt es noch den Live-Modus. Der sorgt dann eben dafür, dass ich mit einem Touchpad, wenn ich das Ganze über ein Touchpad übergebe, kann ich mir das während des Live-Auftritts, kann ich mir dann das Ganze hier auch entsprechend dann live einstellen. Das ist dann wirklich für, ja, für tatsächlich Live-Auftritte, wenn ich gerade auf der Bühne stehe und dann meinen Verstärker, meinen digitalen Verstärker entsprechend umstellen muss. Gut, ich schalte das Ganze jetzt hier wieder ab. Gehe jetzt hier wieder raus. Q-Check-Control können wir jetzt erst mal starten. Das können wir aber erst mal alles so lassen. Okay. Läuft im Hintergrund weiter. Das ist für mich auch okay. So, dann, was haben wir sonst noch? Wir haben hier eine Harrison-Konsole ebenfalls für, ja gut, das gibt es nur im Demo-Modus, gibt es hier nicht als Vollversion und dann wird hier auch die Webseite geöffnet, wo ich dann die Möglichkeit habe, ja, diesen Mixer, das ist ja ein wirklich ultimatives Mischpult, fürs Ausmischen, fürs Abmischen, kann man dann hier entsprechend dann kaufen und dann nutzen zum Mastern nachher. Wenn man Aufnahmen fertig hat, müssen die ja gemastert werden. Ich mache jetzt hier mal eine New Session. Wir können eine Jazz-Backing-Band, nehme ich jetzt einfach mal, ach, wir machen mal Podcasts, ich glaube, das kommt noch am ehesten. So, Start, nee, Alsa brauchen wir nicht. Wir sind bei Jack. Connect to Jack. So, jetzt wird Jack, jetzt wird das Ganze in Jack quasi eingehängt. Können wir mal schauen, ob das funktioniert hat. Wir sind hier nochmal bei Jack. Er öffne ich den Graph und hier sieht man jetzt, das Mixbus 32C hat sich jetzt hier in Jack reingehängt. Das ist natürlich jetzt extrem viel. Das liegt halt daran, weil es sehr, sehr viele Kanäle gibt, die Mixbus natürlich jetzt zur Verfügung hat. Da gibt es ja die verschiedenen Audiospuren und ja, tatsächlich kann ich jetzt in diesen Master verschiedene Geräte, externe oder auch Software, also interne Geräte, hier direkt einhängen. Unter anderem auch zum Beispiel Metronome kann ich einhängen oder auch die Ausgaben in verschiedene, entweder andere Geräte oder tatsächlich externe Lautsprecher geben. Und so sieht das Ganze das aus. Das sieht man, dass das Okay, select appropriate mixer to scale for me. Und das erinnert einen natürlich sofort an A-Dur. Das sieht A-Dur am ähnlichsten. Das liegt daran, dass A-Dur eben auch free and open source ist. Das ist eine Quell offener Software. Und das heißt, es lässt sich wunderbar mit A-Dur eben verknüpfen und lässt sich auch hervorragend in A-Dur integrieren. Zum Mastern. Okay, das denke ich mal reicht. Discard Session, Delete, jawohl. So, dann sind hier diverse Synthesizer auch schon mit drauf. Hier haben wir zum Beispiel den Helm, ein Modular Synthesizer mit mehreren LFOs und mehreren Oszillatoren, also zwei an der Zahl. Hier gibt es dann auch schon ein paar vorgefertigte Patches, die man dann einfach reinladen kann, falls man nicht selber jetzt hier die ganze Zeit irgendwas laden möchte, erst einstellen möchte und ausprobieren möchte. Also ich kriege die Audioausgabe jetzt hier nicht direkt durch den Rechner jetzt hier raus über mein Kabel, weil das, wie ich jetzt mit der Einstellung, wie gesagt, Jack ist eine Wissenschaft für sich. Aber so würde das dann funktionieren. Man sieht es hier oben ja, die Ausgabe ist dann da und dann würde es im Prinzip über Jack dann entsprechend in das jeweilige Musikprogramm reingesendet werden. Gut, das reicht erst mal dazu. So, genau so haben wir noch Hydrogen. Das ist eine ziemlich alte Linux-Drum-Maschine. Die ist schon so alt wie Linux selber. Mitte der 90er Jahre ist das Ding quasi schon erstellt worden. Also wirklich ein ziemlicher guter Drum-Sequencer. Reiner MIDI-Drum-Sequencer natürlich. Man kann dann hier seine Pattern entsprechend voreinstellen und das Ganze dann durchlupen lassen und dann ebenfalls in seine DAW entsprechend einwerfen lassen. So, Kyle Den Live ist direkt mit drauf. Ich nehme mal an, das wird nicht die... Oder ich schaue mal, ob das die Flatpack-Version ist. Sieht tatsächlich aus wie die Flatpack-Version, da ansonsten die Qt-Anwendungen unter GTK-Systemen nicht so schön aussehen wie jetzt. Also ist das hier scheinbar Flatpack. Das ist sehr, sehr gut. Und wir haben noch Media-Converter noch drin. Muse-Score ist mit dabei. Muse-Score ist zum Erstellen von... Hier bitte nicht senden. Ist zum Erstellen von Partituren. So, next, next. Dann Tastatur ist eine Quertz-Tastatur. Einmal weiter. Und möchten Sie den Überblick erstmal... Nö, brauche ich nicht. Weiter, weiter, weiter. So, und dann haben wir hier im Prinzip, ja, den Partitureditor, also einen Noteneditor. Und dann kann ich hier mit Muse-Score tatsächlich meine eigenen Kreationen erschaffen. Kann hier meine Songs, die ich selber schreibe, dann entsprechend auch in Noten ausgeben. Und zwar nicht nur in einer Stimme quasi, sondern direkt in mehreren Stimmen. Also ich kann ganze Orchester-Partituren hier auch schreiben. Und ja, da ist Muse-Score ein ziemlich gutes Programm. Und tatsächlich in den Tests hat Muse-Score von der Benutzerfreundlichkeit von allen Partitursystemen am besten abgeschnitten. Aber man muss dazu sagen, wenn man Noten nicht weiß, wie man Noten liest oder wie das funktioniert, es ist durchaus gewöhnungsbedürftig, sich da auch ordentlich reinzufuchsen. Man sollte mit Musiktheorie sich wirklich auskennen. Denn auch dieser Partitureditor ist da gnadenlos. Der lässt einem nicht einfach alles machen, sondern man muss sich tatsächlich auch an die Musiktheorie-Regeln halten, damit das alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. So, das reicht. Wir brauchen hier keine Partitur weiter. Okay, ist weg. So, hier haben wir dann Q-Jack-Control. Das hatten wir ja gerade offen. Das läuft ja gerade oben. Dann gibt es noch eine DAW, die ein großer Konkurrenz von Adur ist. Und das finde ich auch interessant, dass die hier gleich mit vorinstalliert ist, nämlich Reaper. Und Reaper gibt es, glaube ich, auch für Windows. Ist kein kostenfreies Programm. Das kostet Geld. Das ist also kein Free- und Open-Source, so wie Adur. Aber es ist eine sehr, sehr beliebte mittlerweile, sehr, sehr beliebte DAW für ja auch Anfänger, da dieses System sich hier recht intuitiv nutzen lässt. Da muss man aber jeder für sich selbst entscheiden. Ich selber komme mit Reaper nicht so klar. So, dann gibt es SetBeFree. Das ist ein Orgel, eine Orgel. Kann man im Prinzip so sagen. Das ist, ja, ein sehr, sehr cooler Synthesizer. Auch hier über Jack gesteuert. Wenn ich jetzt hier gucke, müsste jetzt SetBeFree, haben wir hier, ne, ein Tonewheel Organ. Das heißt, eine digitale Orgel quasi. So kann ich jetzt hier irgendwie wieder, ah, hier unten, so, und so. Ja, und auch hier über Jack Control kann ich das Ganze dann ansteuern und in andere Umgebungen einpflegen, sozusagen. Kann ich hier den Overdrive und Vibrato anmachen und dann kann ich hier Dinge abspielen. Man hört natürlich jetzt nichts, weil, wie gesagt, das Jack habe ich hier nicht richtig eingerichtet. So, Simple Screen Recorder ist mit dabei. Ein Drum Sampler ist noch mit. VLC Media Player darf natürlich in jeder guten, äh, Media, Multimedia Anwendungsliste nicht fehlen. Ein Brennprogramm, wenn das überhaupt noch so ein Ding ist. Dann gibt es noch, äh, die, äh, Yard Bridge. Und, äh, hier kann man, äh, verschiedene, äh, Plugins miteinander nachher kombinieren. Aus verschiedenen Geräten und verschiedenen, äh, Ordnern. Es ist so, dass verschiedene Programme, Musikprogramme, die eben VST-Plugins unterstützen, haben ihren eigenen Plugin-Holder, also ihre eigenen Plugin-Ordner. Und das kann man alles miteinander kombinieren. Mit Yard Bridge kann man das Ganze dann entsprechend zusammenführen, so dass alle nachher aus einer Quelle dann die Plugins nehmen. So, dass ich zum Beispiel, wenn ich Reaper benutze und da gerne ein bestimmtes Plugin benutze, dass ich dasselbe Plugin benutzen kann, was ich auch in A-Dur benutze. Und das ist, äh, schon ziemlich coole Idee. Und zum Schluss gibt es hier noch Yoshimi. Auch ein einfacher, äh, sehr alter Software-Synthesizer. So, wie es aussieht, äh, okay. Und dann kann ich hier, man sieht, hier gibt es eine Ausgabe. Das heißt, da kommt Ton raus. Und dann kann ich hier noch Effekte reinhauen. Und, äh, das ist halt ein Polyphoner-Synthesizer. Und hier gibt es schon ein paar Arpeggios. Das heißt, das sind, ähm, äh, spezielle Tonfolgen, Abfolgen, die, äh, entsprechend geloopt werden, also im Loop laufen. Aber ich kann hier auch einzelne Instrumente abspielen, so wie es aussieht. Man hat hier, äh, Pads, Orgeln, auch spezielle Noises. Also einfach nur Geräusche, Metallgeräusche. Äh, was haben wir hier? Die Will Godfrey Collection. Und da hat man dann, äh, auch Orgeln und, äh, Pads hat man dann hier. Verschiedene Nylon-Gitarre, äh, Pianos hat man dann verschiedene, äh, Whistle, das sind Pfeifen. Also gibt es tatsächlich für jeden was dabei. Und ich denke mal, zu einer richtig guten Musikproduktion ist das schon richtig, richtig anständig. Und wie gesagt, man kann alles noch mit Plugins, mit den, äh, kommerziellen VST-Plugins noch erweitern. Aber ich denke, mit diesen, äh, vorgefertigten, vorinstallierten Sachen kommt man tatsächlich schon sehr, sehr weit. Man muss sich eben nur damit sehr gut auseinandersetzen. So, die MX-Werkzeuge, das sind die, die bei MX-Linux auch standardgemäß immer mit dabei sind. Wie zum Beispiel ein Reparaturprogramm, äh, für Boot-Reparatur oder, äh, bestimmte Startoptionen. Dann den eben MX-Paket-Installer finden wir hier. Den haben wir eben schon gefunden. Es gibt auch einen Menü-Editor und dann noch MX-Tweak und Werkzeuge und so weiter. Und auch eine NVIDIA-Treiber-Installation, falls NVIDIA-Treiber notwendig sind. Bei mir ist das nicht notwendig. Ich habe hier einen ganz einfachen Intel-GPU, wie man so schön sagt. So, unter Sonstiges, äh, kann man noch das virtuelle C-Laufwerk durchsuchen. Das, äh, läuft dann hier über Wine. Aber ich habe aktuell nichts installiert, äh, kein Wine installiert, beziehungsweise keine Wine-Anwendung. Deswegen wird er jetzt hier erstmal auch nichts finden. Und, äh, es gibt noch einen Windows-Editor-Klon und man kann Wine-Applikationen installieren und konfigurieren. Wenn man es denn möchte. Und dann gibt es noch die System-Tools, wie zum Beispiel H-Torpe, Jeep Arted, ganz normale Linux-Tools, die man eben so braucht. Ein Updater hatten wir ja schon. Den USB-Unmounter zum Entfernen von USB-Sticks. Und natürlich das XFCE-Terminal, das hatten wir ja eben auch schon. Bleach-Bit ist sehr, sehr cool. Denn, äh, gerade in der Musikproduktion oder überhaupt in der Produktion, werden sehr, sehr viele Cache-Files angelegt. Da kommt sehr, sehr viel Datenmüll zustande nachher. Gerade wenn man nachher alles ausgebounced hat und exportiert hat und man mit der Produktion fertig ist, dann, ähm, ja, hat sich eine Menge Datenmüll angesammelt. Cache vor allem. Und das kann man dann hier einfach alles, äh, auf löschen gehen. Und dann wird das Ganze einmal durchiteriert und dann werden die Cache-Dateien einfach gelöscht. Und so kann man manchmal bis zu mehrere Terabyte an Daten, ähm, löschen, die man wirklich nicht braucht. Hier steht jetzt Fehler 2. Ich nehme mal an, ich habe keine Root-Rechte und deswegen konnte ich jetzt hier nicht vollständig alles löschen. So, äh, das waren die System-Tools. Und unter Zubehör finden wir dann hier noch zum Beispiel B-Pi-Top. Das ist im Prinzip auch ein System-Monitor, den ich sehr, sehr cool finde. Ähm, der lässt sich wunderschön auf einem separaten Monitor anzeigen. Äh, so kann man dann schauen, wie die Prozessorauslastung gerade ist, wie der Speicherverbrauch ist, wie der Festplatten, äh, die Festplattennutzung gerade ist. Oder auch, was das Netzwerk betrifft mit den Up- und Downloads, ne? Und hier sieht man dann auch die Prozesse. Das kann man dann das Ganze auch als baumartig anzeigen lassen. Wir lassen einfach hier auf Tree drücken und dann sieht man, was zu welcher Prozess, zu welchem Unterprozess gehört und umgekehrt. Das ist B-Pi-Top. Ganz normal verfügbar im, äh, im Abt-Paket-Manager. So, Conky haben wir dann hier. Das ist das, was hier an der Seite angezeigt wird. Wir können jetzt hier Q-Check-Control einfach mal fließen. So, jawohl. Äh, das ist hier Conky und wenn mir das Conky nicht gefällt, dann kann ich das hier mit dem Conky-Manager entsprechend, ähm, ändern. Ich kann hier zum Beispiel ein anderes Theme auswählen. So, sieht das dann aus. Dann habe ich ein bisschen eine andere Farbe. Es gibt auch Conky-Spotify-Medium. Okay, gucken wir mal, was der macht. So wie es aussieht, äh, zeigt Conky-Spotify gar nichts an. Ich nehme mal an, das funktioniert dann nur, wenn Spotify auch wirklich installiert ist. So, wir können aber die Hard lassen. Das sieht ganz gut aus. So, Taschenrechner ist mit dabei bei Zubehör. Äh, ein einfacher Texteditor. Warum Featherpad als, äh, eine Qt-Anwendung mit installiert ist, ist mir jetzt ein bisschen ein Rätsel. Es gibt ja auch G-Edit für XFCE. Ähm, gut. Da wird sich der Entwickler schon was dabei gedacht haben, warum der jetzt ausgerechnet Featherpad genommen hat. Äh, genau. Mousepad gibt es nämlich als Alternative auch und das ist dann deutlich schlanker und einfacher als einfachen Texteditor. So, dann haben wir noch einen Hasher und Screenshot-Tools. Der Midnight Commander ist vorinstalliert. Das ist sehr, sehr interessant, dass der mit dabei ist. Ich finde, dass ein bisschen viel Bloat auch drauf ist. Ein bisschen zu viel Zeug dann auch drauf, was man dann wirklich nicht mehr braucht. Äh, Nitrogen für das Hintergrundbild. Das ist schon durchaus wichtig, dass da ein Hintergrundbild dann auch angezeigt wird. Ansonsten hätte man jetzt durchaus das Featherpad und auf, ähm, den Midnight Commander sicherlich verzichten können. Gut, soweit, so gut. Gut, das ist im Prinzip, ähm, AV Linux für alle Produzenten unter euch, äh, die gerne besonders in der Musikproduktion unterwegs sind und sich da mal wirklich, ähm, ja, weiterentwickeln möchten. Ist das sehr, sehr zu empfehlen. Ist eine sehr, sehr gute Alternative, eine sehr, sehr schnelle und gute Alternative zum Beispiel zu Ubuntu Studio, was ja ein ähnliches Ziel und einen ähnlichen Ansatz hat. Äh, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, weil MX Linux eben auch auf Debian 11 basiert. Das heißt, es ist deutlich stabiler, ähm, und man, äh, hat dann halt auch nicht laufend Updates, außer eben ein paar Sicherheitsupdates, äh, sodass einem das Ganze dann entsprechend irgendwie zerstört wird nach dem Update, äh, was man zum Beispiel bei, ja, Arch-basierte Betriebssysteme hat. Da kann es passieren, dass man dann heute ein Update kriegt und morgen einem die ganze Show nicht mehr funktioniert. Gut, aber, ähm, lass mich doch mal in den Kommentaren wissen, ob du Musikproduzent bist oder Hobbyproduzent, spielt ja keine Rolle und, äh, ob du schon, äh, Linux denn benutzt für deine Musikproduktion oder warum du, ähm, Linux nicht nutzen kannst, äh, was denn der Hauptgrund ist, zum Beispiel, äh, weiter Windows nutzen zu müssen. Was kann Windows, äh, was Linux nicht kann? Und ich meine damit jetzt nicht, ja, äh, Propellerheads Reason gibt es eben nur für Mac und, äh, Windows, deswegen kann ich Linux nicht nutzen, sondern, äh, man kann ja alternativ zu Propellerheads halt auch was anderes nutzen. Die Frage ist, warum nicht? So, und deswegen diskutiert das ruhig mal aus unten in die Kommentare und kommt ruhig in meinen Matrix Space auch rein, denn hier gibt es auch, äh, eine tolle Community, sind tolle Leute mit dabei, die hier im, äh, Matrix Space, äh, auch Hilfestellung geben. Hier kannst du selber auch Hilfe anbieten und Fragen stellen. Einfach hier auf typ.bio.link, Link ist in der Videobeschreibung und dann hast du hier, äh, die Links zu meinen Kanälen unter anderem eben auch in den Matrix Space. Kann ich also sehr empfehlen. Komm da ruhig mal rein. Ich freue mich auf euch. Hier unter Session Chat, wenn du Sessions Messenger hast, kannst du mich auch direkt mal anschreiben, wenn dir danach ist. Und somit auch das kurze Fazit, ähm, was halte ich jetzt von AV Linux? AV Linux ist wirklich sehr, sehr gut für Leute, die eben sich nicht nur um das Betriebssystem selber kümmern möchten, sondern die, die direkt mit der Musikproduktion oder Audioproduktion auch anfangen wollen. Äh, lediglich mit Qt Jack Control, also mit dem gesamten Jack-System, muss man sich tatsächlich ein bisschen auseinandersetzen und es ist nicht sehr einfach, weil es dafür ja auch nicht so allzu viele Dokumentationen oder, äh, Anleitungen im Internet gibt. Da muss man sich selber durchfuchsen, ähm, es ist, man braucht kein Vorwissen in Sachen Linux oder ähnliches, um eben dieses Betriebssystem nutzen zu können. Die Installation ist super einfach und deswegen ist es auch als Daily Driver hervorragend zu nutzen. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet.